ja hallo und herzlich willkommen liebe freunde des guten geschmacks und herzlich willkommen zurück zu einer alten bekannten die es schon des öfteren und schon seit längerem auf diesem kanal gab ich rede von ultimate admiral dreadnoughts wie ich finde eine ganz ganz große hoffnung was den sektor maritime strategie und taktik das ist das besondere an diesem spiel wir haben hier strategische operative und taktische elemente in die hier hoffentlich gut miteinander verbunden werden mein letztes video war nicht so freundlich aber ich wollte das spiel nicht einfach nur runter machen oder so sondern ich war einfach ein wenig enttäuscht was die entwickler damals ich weiß leider nicht mehr wie lange das jetzt her ist ein paar monate auf jeden fall ja für einen ansatz für die kampagne meines erachtens nach zumindest gefahren haben nach wie vor ja muss man mal gucken also wir haben hier eine rundenbasierte strategie karte oder einen rundenbasierten strategie modus oder operativen modus ich würde vielleicht eher ja von hier einer operativen führung obwohl wir haben hier glaube ich auch langfristige ziele die wir hier gestalten können und anpeilen können also wir nennen es mal strategischen modus das gucken wir uns gleich an wir haben natürlich nach wie vor die taktik gefechte die ihr vielleicht schon entweder aus meinen vorherigen videos oder aus videos anderer content creator hier auf youtube kennt oder vielleicht habt ihr das spiel selbst dann könnt ihr gerne mal in die kommentare schreiben wie ihr bis jetzt hier so zufrieden seid und ein drittes standbein dieses spiels ist der chip designer das gucken wir uns auch gleich an eins vorne weg wir werden jetzt hier in diesem ja mini let's play sage ich mal ich weiß nicht wie viel folgen wir hier machen uns einfach mal ein bisschen in der kampagne umschauen ich habe das problem dass es hier keinen ja keine möglichkeit gibt es zu safen das ist eine alpha also ich kann hier einfach nicht versprechen wie lange das hier gut gehen wird also wenn ich eine aufnahme hier irgendwie verkacke oder so dann habe ich nicht die möglichkeit hier ja zu laden und die aufnahme noch mal zu machen dann entsteht halt eine ja eine inhaltslücke wenn ihr so wollt also das ist halt so ein bisschen das risiko was wir jetzt hier haben wir spielen das deutsche reich oder hier heißt es german empire das ist natürlich jetzt alles eine bisschen alternative geschichtsschreibung wenngleich die schiffsmodelle in diesem spiel historisch sind wir haben januar 1890 das heißt wir haben ein theoretisch noch round about 25 jahre 24 jahre bis zum ersten weltkrieg aber wie gesagt ist eine art ja der alternativen geschichtsschreibung was ich ganz nice finde kann ich hier ein bisschen rausholen ach ja um was jetzt auch noch der fall ist also ich habe ein paar schiffe selber designt das war mir jetzt irgendwie wichtig dass ich da nicht dieses auto design mache denn dann habe ich irgendwie probleme ins spiel reinzufinden wenn ich da keinen keine keine verbindung zu diesen schiffen herstellen kann wenn ich nicht selber gemacht habe dann fällt mir das irgendwie schwer da man das nicht speichern kann ich hätte jetzt natürlich am liebsten gerne die schiffe die seien also ich habe die schiffe die seien was viel zeiten anspruch genommen hat und ich kann das spiel dir aber nicht helfen ja also von daher habe ich jetzt schiffe die seien ich habe mal ganz kurz mich umgeschaut hier in der kampagne aber ich spiele es quasi blind verzeiht mir also falls ich hier ja selber noch ein paar fragezeichen im kopf habe aber ich denke mal das ist recht überschaubar noch und ich meine doch hier dass man sich auch in einem blind game gut zurechtfinden kann des weiteren bietet das spiel trotz seiner alpha hier einen wunderbaren ja eine anleitung die man hier sehr schön thematisch nachschlagen kann wo ich mich natürlich auch schon ein bisschen eingelesen habe und so weiter also ich denke mal das wird doch einigermaßen fluffig sein aber wie gesagt dass diese fehlende save funktion ist ein kleines hindernis dann schauen wir uns jetzt mal die kampagnen karte an was ist neu ich will jetzt nicht auf alle features eingehen das ist ein bisschen viel lest euch einfach die patch notizen selber durch wen es interessiert oder sagt mensch basti es interessiert mich dann postet ruhig mal ob ich da ein video mal kurz drüber machen soll was neues aber ich glaube es ist irgendwie cooler ihr lest euch das einfach durch genau zunächst einmal zur weltkarte da ist soweit ich weiß das mittelmeer dazu gekommen ich glaube wir waren so dieser dieser kartenausschnitt oder so war glaube ich korrigiert mich dabei gerne beim letzten patch der stand als nur die nordsee und ostsee beziehungsweise die baltic sea wie es hier heißt ich glaube von der baltic sea oder vom baltisch meer oder so spricht man eher in diesem raum im deutschen oder ich kenne das hier nur als ostsee aber gut das kann sein dass das einfach der englische begriff ist und der dann auch die ostsee damit meint ja dann haben wir hier ein fitzelchen nordatlantik der nicht der rede wert ist der reicht gerade mal hier um die iberische halbinsel herum zu fahren gibraltar zu passieren was hier auch schön historisch korrekt englisch ist wir haben spanien hier portugal jetzt irgendwie nicht aber ich glaube portugal ist jetzt auch erst mal nicht so wichtig und frankreich ist glaube ich auch nicht neu dazu gekommen die schiffs designs gab es vorher schon für österreich auch für italien und jetzt haben wir eben hier das mittelmeer dazu ja hier zypern sogar als als basis ja das britische königreich wäre vielleicht auch schon ganz nett da mal rein zu zocken aber das machen wir vielleicht wenn beim nächsten patch die karte erweitert wird ich finde es jetzt eigentlich also hier das deutsche reich zu spielen eigentlich ein ganz schönes setting hier weil de facto war die kaiserliche marina also zu der zeit in der wir uns jetzt befinden damals auch wenn es ja wenn man kaiser wilhelm glauben schenken wollte darum ging ein platz an der sonne sich mit hilfe der deutschen marine zu erstreiten so war das keine hochsee flotte die gebaut wurde sondern das und die ganzen dreadnoughts die deutschen dreadnoughts waren eigentlich alle ja von der reichweite eher so für die nordsee oder bestenfalls hier also skagerak kategorat wo ja dann auch die berühmte schlacht hier am skagerak war oder hier die farör inseln oder so das vielleicht auch noch aber atlantik nee es gab einen überseegeschwader natürlich für die kolonien das waren die kreuzer das die leichten kreuzer wohl gemerkt das schauen wir uns gleich mal dem schiff designer an da habe ich einen glaube ich ganz passablen kreuzer hier auch designt natürlich österreich hier ja man mag es heute kaum glauben aber österreich hatte tatsächlich auch mal eine kleine flotte und ich glaube dass das flaggschiff hier im mittelmeer ich auch komme auf den namen jetzt gerade nicht das ist auch bitterbös versenkt worden beim bei der ersten feinfahrt sogar ich weiß es gar nicht also das die weltkarte und wir bleiben dann mal hier in deutschland also deutschland geht natürlich hier ihr seht hier in schwarz das hätte man ruhig mal rot machen können wäre ein bisschen übersichtlicher so geht das ein bisschen unter natürlich die alten grenzen deutschland war schon ganz schön riesig da muss man mal sagen danzig und pillow ich habe ein schönes marine foto noch von mir wo unsere ausbildungsinspektion die inspektion 11 der marine ordnungsschule bremerhaven vor dem gebäude pillow die gebäude da in der marine ordnungsschule sind oft oder einige nach städten oder schiffen glaube ich sogar benannt und die pillow war glaube ich auch eine dreadnought aber eben eine alte ist es sogar eine hansestadt auf jeden fall ist danzig eine hansestadt unsere beiden stützpunkte hier in der ostsee ja ihr seht hier auch schon welche flotten da stationiert sind oder welche flotte sagen wir besser mal so ja kiel auch ein wichtiger stützpunkt für uns hamburg liegen nur vier leichte kreuzer bremen noch nichts über meine flotten doktrin die ich mir überlegt habe dazu sage ich gleich noch was hier drei schwere kreuzer fünf leichte kreuzer und fünf torpedoboote in der heimatstadt meiner mutter und meiner großeltern mütterlicherseits wilhelmshaven nach wie vor der größte deutsche marinehafen helgoland haben wir nichts aber da kann man dann vielleicht wie ein zwei torpedoboote stationieren und emden starker name schöne ortschaft auch da haben wir drei schwere kreuzer vier leichte und drei torpedoboote euch fällt sicherlich schon auf dass wir gar keine schlachtschiffe haben aber wie gesagt first things first das ist neu dazugekommen patch 1.08 übrigens ist der aktuelle patch und da ist eben politics dazugekommen also das ist schon mal sehr viel angenehmer das war beim letzten bei der letzten version der kampagne halt irgendwie da war man einfach so im krieg und das war einfach ein kampagnen bonus den hätte man sich sparen können da hätten sie gleich wenn sie ein bisschen warten können und einfach so mit gleich mit 1.08 live gehen sollen 1.07 hätten sie sich glaube ich irgendwie schenken können finde ich jedenfalls das war unspielbar aber hier wird es jetzt schon ein bisschen interessanter wir haben einen marginalen einfluss darauf das schauen wir uns aber auch gleich an ja wir sehen hier die großen reiche fünf an der zahl also ich denke mal russland wird noch dazukommen rollenspielerisch haben wir auch in der ostsee schiffe das macht aber anscheinend überhaupt keinen sinn weil russland hier noch gar keine rolle spielt japan wird wohl dazukommen mal gucken ob auch so commonwealth einheiten dazukommen aber das ist alles zukunftsmusik was ja wahrscheinlich frühestens in einem jahr oder halben jahr oder wie auch immer so das geht doch relativ langsam voran auch wenn jetzt hier doch einiges an content dazugekommen ist also ihr seht hier wir haben frieden vorneweg ja also wir sind jetzt hier nicht im kriegszustand aber ich gehe mal hier rüber gibt es hier ein maustipp nee es gibt ein paar ganz coole tooltipps mittlerweile das ist ganz schön und hilft einem hier sich zurechtzufinden wir gucken jetzt einfach mal wie es hier von unserer seite aussieht das ist doch das wichtigste also ganz klar der große rivale ist das vereinigte königreich aber auch mit frankreich liegen wir ein bisschen im ja klinsch vielleicht nicht es knirscht ein bisschen im gebelg und italien ist durchaus uns wohlgesonnen ja und ein potenzieller verbündeter ist hier österreich ich bin sehr gespannt wie die entwickler dann die großen historischen konflikte erster weltkrieg also dahin steuern wir gerade so ein bisschen sieht es zumindest aus aber auch dann der zweite weltkrieg ob sich das dann irgendwie verändert ja obwohl italien war ja im ersten weltkrieg gegen deutschland das war teil der entente und ja hat gegen österreich ungarn einen bitterbösen krieg in den hochalpinen regionen in tyrol geführt also ist es eigentlich schon gar nicht mehr so historisch obwohl ich weiß gar nicht wie es 1890 aussah wir gucken mal was es hier noch gibt okay wir sind eine demokratie das ist interessant das sind alles demokratien aha interesting also bei meinem ersten wo ich einfach das spiel mal gestartet habe mit automatisch generierten flotten war das ein eine monarchie deutschland was richtig gewesen wäre das scheint also hier auch nicht gesetzt zu sein das kann man sich auch nicht aussuchen oder so sondern das scheint hier wirklich random zu sein also wir haben hier ja tatsächlich fünf demokratien da wäre ein krieg natürlich ausgeschlossen ja also man spricht ja vom demokratischen frieden das gibt es also nicht also public opinion ich denke mal das ist die meinung über die marine oder die meinung über unsere art wie wir die marine führen vermute ich mal dann naval prestige sollen wir mal eben hier gucken ob wir da was drüber finden ich vermute mal das hat was damit zu tun was heißt denn wip campaign missions alliances and the relation between two nations ah ja 100 okay um war gucken wir mal wenn es krig gibt ähm we can trigger between two nations naja wahrscheinlich dann ja okay da gibt es auch mehr events genau events sind auch jetzt dabei ja schade wir finden hier leider nichts aber gut ähm events sind ähm auch dabei aber das sehen wir dann gleich wenn wir hier dann in unserem rundenmodus mal starten also ähm mit unseren aktionen in diesen events können wir das prestige äh erhöhen oder eben senken ähm und dafür andere boni ist so ein bisschen wie bei paradox so ähm nicht ganz so kreativ sag ich mal nicht ganz so schön ähm ausgeschmückt inhaltlich ähm ja ähm aber das schauen wir uns dann an provinzen das sind die meine ich die hafen nee 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 stimmt nicht es ist wahrscheinlich einfach die größe der oder sind es kolonien das kann auch sein koloniale provinzen also oder ich weiß es leider nicht ähm ja hier sehen wir den technologischen fortschritt average ähm wie gesagt zu meinen ähm mit meiner doktrin oder auch meiner meiner strategie die ich jetzt hier fahren möchte sage ich dann gleich noch ähm was ähm zur technologie und ähm wie ich plane da voran zu schreiten das ist das brutto sozialprodukt meine ich also das ist quasi die 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 wirtschaft hier sehen wir nochmal ein wirtschaftswachstum was äh jetzt schon mal ziemlich ordentlich aussieht außer das empire liegt oder liegen wir auf platz 2 das ist gut zu wissen dann haben wir ein naval budget wie gesagt ich denke mal das wird sich verändern wenn sich hier unser prestig erhöht oder eben äh sinkt ähm naval funds das ähm müsste unser ähm ja das sind ist unser ähm ähm aktuelles gut haben so zu sagen und wahrscheinlich wenn man das hier da zu ne mann mal gute frage wenn ich das jetzt alles auf null mache aber dann 30.000 ja okay alles klar stellen wir das passt das stellen wir gleich an sie okay wieder was gelernt also äh das ist unser ähm ja budget sozusagen was wir ähm monatlich haben also jeder zug ist ein monat und das ist unser kontostand dann haben wir besatzungen hier das müssen wir auch ein bisschen im auge halten haben wir sind da haben wir recht viel aber wir haben auch eine kleine flotte und ich finde das ist rollenspielerisch ein ganz ähm ja netter ansatz hier mit deutschland eine kleine flotte zu fahren wir haben jetzt ja zeit aufzurüsten hoffe ich also das ist einfach das kalkül was ich fahre und england hat natürlich ähm eine extrem große flotte auch frankreich gerade zusammen sind die uns natürlich hier haushoch überlegen aber ich plane eine moderne flotte aufzubauen deswegen habe ich sie klein gehalten dazu dann gleich mehr ähm in dem bereich ähm ship design da gehen wir vielleicht mal zuerst rein bevor wir dann research machen nachdem wir die finances durchgesprochen haben oder nee wir gehen danach in ship design so machen wir das so ähm also dann gibt es mittlerweile u-boote das ist auch ein neues feature buildings bin ich äh building achso das sind die schiffe die im bau sich befinden ihr seht hier sind sogar schon welche im bau auf kiel gelegt das macht aber nicht dass wir jetzt hier null haben denn die sind äh wie gesagt ich hatte jetzt schon mal ein spiel mit ähm einer auto generierten flotte begonnen da waren dann automatisch auch schon schiffe im bau die waren aber alle ganz äh am anfang noch also die waren quasi auch gerade in auf kiel gelegt und dann also sehen wir hier einheiten die repariert werden oder refitted werden also ihr könnt auch schiffe modernisieren das finde ich auch wirklich fantastisch und hier eben die task forces die gebildet sind und in see stehen möchte ich meinen aber da äh wird sich wahrscheinlich dann auch das noch ein bisschen in meinem kopf aufhellen so ich habe drei schiffstypen design die designs mache ich immer offscreen es sei denn ich mache einzelne äh design folgen die ein bisschen größer beziehungsweise wenn das neue design ähm intere besonders interessant oder radikal neu wird oder so oder da könnt ihr auch gerne mal in die kommentare schreiben ähm weil das dauert ja bis bis man so ein schiff gebaut hat das ist sehr sehr viel tüftelei wer das spiel noch gar nicht kennt ähm ihr seht hier rechts schon mal anhand der stats die ein schiff hat was ist da alles zu beachten gibt und ich würde doch mal behaupten das sucht wirklich seinesgleichen und ganz toll hier nochmal mit so einem datenblatt ja wie man es aus ähm ja aus einem u-boot handbuch oder so vielleicht kennt ja also wirklich wunder wunderschön und ähm das hat alles einen impact auf das gameplay dann in den taktik gefechten ihr seht auch sehr schön hier da werden die geschütze gehighlighted und so weiter also das ist alles sehr fluffig gemacht und ähm ihr seht schon hier es gibt ähm hier jetzt nicht gerade aber es gibt jede menge tooltipps mittlerweile ja also äh das spiel erklärt sich dann quasi von selbst wenn man denn nicht so faul ist äh zu lesen ihr seht ich habe drei schiffsklassen design den schweren kreuzer äh der preußen klasse leichten kreuzer der emden klasse einfach preußen ist es ähm ja das stammgebiet der hohen zollern also unseres kaisers und die schlachtschiffe kriegen dann ein bisschen imposantere namen aber ich denke mal für schwere kreuzer sind ähm ja so sachsen preußen äh württemberg und solche namen werden da denke ich mal dann für die klassen folgen schlachtschiff haben wir wie gesagt noch nicht aber dazu dann gleich mehr im technikbaum dann gucken wir uns mal an äh was die preußen so kann wir haben eine tonnage von 4000 tonnen das ist zurzeit limitiert durch unser dock auch deswegen habe ich kein schlachtschiff gebaut weil wir sehr sehr kleine docks haben ähm jetzt beschwert sich gerade mein hund weil ich wahrscheinlich hier so laut rede äh das ding macht 20 knoten das ist ein bisschen tricky ähm wir gehen mal hier in refit rein ähm ihr seht also es gibt eine ähm ähm eine leistung natürlich die die maschinen entfalten ihr könnt hier ähm ja halt äh die art wie die maschine befeuert wird also öl kohle und so weiter ja äh dann halt hier was für boiler oder ist es eine turbine oder so da kommen ja dann neue technologien hinzu bis jetzt haben wir hier keinerlei auswahlmöglichkeiten und hier ist einfach eine ganz normale dampfmaschine und ähm ihr seht hier 24 hp per engine tonnen also pro tonne äh der maschine ähm haben wir eben 24 hp ihr das ist quasi nur ähm fuel smoke and defense funnel capacity okay also ähm der antrieb bestimmt quasi die leistung die die maschine entfaltet die schornsteine mhm da gehen wir mal drauf ähm die haben eine sogenannte äh funnel capacity also eine kapazität ähm für die äh dampfmaschine sozusagen also ihr habt hier eine starke dampfmaschine braucht ihr logischerweise einen großen schornstein mit einer sogenannten also dessen dessen wert ist sozusagen die funnel capacity also seine kapazität und dieser schornstein muss natürlich ähm adäquat zur maschine passen um da die volle leistungs entfaltung zu bringen so dann gehen wir jetzt mal ähm genau sorry ähm so kann ich mal ein bisschen rauszoomen dann habe ich nicht so doofe popups hier so hier sehen wir jetzt unsere engine power ja die verändert sich mit der geschwindigkeit die ich hier einstelle achtet jetzt mal hier bitte auf äh die engine power ups machen wir mal 18 knoten zack da geht die runter und die engine efficiency ist wer aufgepasst hat äh das war vorher hier rot und weit unten ähm die engine efficiency ist quasi die effizienz oder ähm das effiziente zusammenspiel von maschine ähm also mit befeuerung und äh antrieb und so und den schornsteinen ja und der leistung die von der maschine verlangt wurde ja so wenn wenn ich meinen ingenieuren sage wir wollen 18 knoten laufen dann sagen die alles klar da passt irgendwie äh eine kleine maschine dazu und äh da passen auch kleine schornsteine dann sagt ihr jetzt so ja basti warum nimmst du denn dann nicht ähm wenn das hier rot ist rot ist eine signalfarbe das ist nie gut ja das ist mir bewusst warum nimmst du denn dann nicht bessere schornsteine ganz einfach weil ich die besten schon verbaut habe ja wir können auch small funnels nehmen ne also das sind hier die standard funnels also der standard schornstein mit einer funnel capacity von 6 der schornstein tut aber auch anders als der kleine schornstein eine ähm smoke interference ähm also eine größere rauchsäule ähm ausbilden und damit eine größere zielsignatur also ihr seid auf weiterer entfernung dann auch zu spotten ihr seht das spielt alles massiv ähm ineinander und das macht das eigentlich so genial und ist eigentlich hier ein spiel in spiel diese diese taktik gefechte als auch ähm der chip designer als auch die kampagne die noch sehr rudimentär ist muss man dazu sagen wobei jetzt die taktik gefechte und der chip designer schon extrem äh ausgefeilt sind das sind eigentlich das ist jeweils ein spiel im spiel wie es wie ich das eigentlich kaum von einem anderen spiel kenne muss ich sagen das ist nicht nur ein minigame das ist eigentlich ein komplettes spiel ihr könnt eigentlich ein spiel hier chip designer releasen gibt es ja wahrscheinlich äh oder äh so ähnliche spiele gibt es ja irgendwie der bunker bilder oder weiß der geier was ja also das ist deswegen ja kann man sich äh ihr seht ja wie lange ich jetzt hier schon quatsche kann man sich hier total eine ganze folge halt damit beschäftigen also wir haben hier eine wenig ähm effiziente lösung ähm für unser maschinenproblem da sind jetzt unsere wissenschaftler gefragt dass sie uns hier ähm ähm ein ähm ja eine lösung halt irgendwie bieten dass wir diese ähm effizienz hier nach oben kriegen aber 20 knoten für einen kreuzer das ist schon hart an der schmerzgrenze für mich was bedeutet denn eigentlich jetzt die ähm schlechte engine efficiency also ihr habt hier ähm eine talk at high pm äh talk ist es der widerstand ich weiß es leider nicht genau äh was das bedeutet ähm ja ich weiß leider nicht vielleicht weiß das jemand der darf das gerne mal ähm 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 posten was das genau bedeutet also wenn wir auf voller fahrt ähm ähm laufen haben wir talk ist es ein widerstand oder so keine ahnung also schreibt es gerne mal in die in die apotheke wollte ich gerade sagen in die kommentare ähm ja und wir haben eine einen begrenzten einsatzradius das ist aber nicht so schlimm äh da ich äh wie gesagt wir eh nur in der nordsee operieren werden mit den kreuzern das ist mehr als ausreichend ja also auch das spielt dann übrigens auch der speed mit der tonnage zusammen und so weiter also um das jetzt mal ein bisschen ähm ähm abzukürzen es sollte jetzt einfach nur mal ein beispiel sein wie komplex das alles zusammenhängt und wie lange man da dran sitzen kann ich glaube man kann den ganzen tag äh in ein eine ähm schiffsklasse irgendwie versenken also ähm wie gehen wir das jetzt am besten äh durch also hier haben wir äh keinerlei Auswahl das einzige was wir hier wählen können ist äh die äh Ruderanlage unbalanced oder äh balanced ich hab hier mhm passt das rein das ist eigentlich besser ne es wird dann aber teurer unwesentlich na dann nehmen wir doch die für einen kreuzer doch fantastisch ok ähm ja auch hier konnten wir nichts nehmen ähm also was sich verändern konnte bis jetzt also das ist hier der ähm Standard äh Panzerstahl der wie ihr seht hat einen Haufen rote Vorzeichen hier bei Gewicht und ähm äh bei der Form und so weiter ähm da hab ich den Compound Armor also ein Compound Armor ist ähm ein äh Stahl der aus zwei Materialien ähm verwendet ist ähnlich wie bei einem Samurai Schwert oder so also ihr habt einen äh harten Stahl und eben einen weichen Stahl der harte macht ihn widerstandsfähig und ähm der weiche dann elastisch das der dadurch einfach noch ein bisschen schwerer zu durchdringen ist hm das hab ich leider warte das ist das machen wir auch noch rein ein paar Betten ja äh da müssen wir jetzt hier leider nochmal was ändern dafür nehmen wir ein bisschen Panzerung jetzt zurück zack perfekt super ähm das hatte ich irgendwie verpennt also ich hatte es schon mal in einer Folge äh in einer Taktikfolge hier von dem Spiel Babetten sind extrem wichtig weil die eben eure Munition ähm schützen die in den Geschützen gerade im Einsatz ist das haben wir ja nach wie vor Single werden wir dann mal besprechen wenn wir hier ähm ja neue Updates sozusagen haben was wir hier haben ist eine Zitadelle eine Zitadelle ist eine Rumpf-Philosophie wo man ähm ähm vitale ähm Einrichtungen tiefer im Schiffskörper verbaut sodass die nicht nur von der äußeren Panzerung geschützt sind sondern eben auch durch die verschiedenen Abteilungen und ähm Decks ähm da könnt ihr dann auch noch extra eine äh Panzerung für ähm modifizieren auch das ein neues Feature dann haben wir hier die verschiedenen Munitionsverhältnisse die man hier angeben kann also als schwerer Kreuzer haben wir eine Standard Ratio das heißt ein ausgewogenes Verhältnis zwischen High Explosives was für weiche Ziele so nenne ich es jetzt mal ist oder eben panzerbrechende Munition gegen Großkampfschiffe ähm das ist einfach ein valider Gegner hier für einen schweren Kreuzer dass wir auch mal gegen eine Dreadnought kämpfen oder so das gleiche hier bei der Sekundär ähm Artillerie ähm wir haben hier einen sogenannten Nose Fuse das ist ein Aufschlagzünder ähm Base Fuse ja würde ich so lassen jetzt da haben wir ein paar Boni hier bei ähm bei verschiedenen Parametern ja lassen wir mal ähm es gibt ja noch so Tail Fuse oder so das ist dann bei panzerbrechender Munition sehr wichtig also dass das Geschoss erst eindringt und dann im Schiffskörper äh detoniert ähm Standard ähm AP Shells also Standard ähm panzerbrechender Munition bleibt abzuwarten äh was dann äh kommt hier könnten wir nochmal die äh Größe der Geschosse einstellen das ist alles auf Standard ähm Pulver haben wir bis jetzt nur ähm Brown Powder ähm 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 ah ja und das ist äh das ist auch neu glaube ich Treib das ist die Treibladung hier also die dafür sorgt dass das Geschoss äh beschleunigt wird im im Rohr und das äh äh ist das Explosivpulver da können wir jetzt auch das ist auch neu ja interessant sehr schön finde ich super aber auch da gibt es nur Schwarzpulver sozusagen äh hydraulisch ähm ja ist die einzige Möglichkeit hier die Türme zu drehen was wir aber haben ist eine Enhanced Reload Time auch das halte ich für einen Kreuzer unerlässlich wir haben auch äh Torpedos an Bord wir haben hier drei unter Wasser Torpedoroare wir haben ach dann kein Torpedoroar das konnte ich nicht bauen damit hier äh die Balance des Schiffes nicht ähm gestört wird 15 Zoll Torpedos verschießen wir wir haben keine extra Munition mit hier ist die Panzerung also Mainbelt das ist der Panzergürtel gerade in der ähm ja frühen Ära der Panzerschiffe so nenne ich es jetzt mal also der modernen Kriegsschiffe so die nicht mehr aus Holz sind ja ist der Gürtelpanzer extrem wichtig äh schreiten wir voran mit der Technologie ähm im Geschützbau also kommen wir in größere Reichweiten dann 18 Kilometer 30 Kilometer äh Reichweiten die geschossen werden können theoretische Reichweiten zumindest da geht es dann ins Steilfeuer und da wird dann die Deckspanzerung auch wichtig die ist jetzt aber bei diesen Schiffstypen nicht so wichtig aber wir haben ja 18 Zentimeter immer das ist doch recht beeindruckend für einen schweren Kreuzer ähm Gürtelpanzerung die Turmpanzerung also hier vom von dem ähm ja ähm Hauptturm äh stolze 19 Zentimeter immerhin äh dann haben wir hier noch vordere und äh achtere Gürtelpanzerung sieht man das irgendwie ne also achtere Gürtelpanzerung ist hier vordere Gürtelpanzerung ist hier äh ach dann ist es eigentlich recht wichtig das Schöne ist dass wir hier ein bisschen verstärkt haben man kann dann wenn man das Schiff nicht gut austariert hat im im Design kann man das hier mit äh Panzerung nochmal ein bisschen seht ihr dass das dann hier ähm ja dass man das ausbalancieren kann immer gut wenn man ach dann die Panzerung erhöhen kann weil hier die Rudermaschine sitzt und auch der Antrieb während äh hier vorne ist eigentlich nichts wichtiges außer jetzt das Torpedorohr kann man aber drauf verzichten während Rudermaschine und Antrieb ist lebenswichtig die Zitadellenpanzerung ist die Panzerung wie gesagt zwischen den Decks und den Abteilungen ähm Decks und Abteilungen nochmal für Landratten Abteilungen sind die Linien die hier vertikal stehen und die horizontalen ähm Linien hab ich jetzt Abteilungen gesagt ja genau also Abteilungen sind die horizontalen Linien die äh vertikalen Linien entschuldigt bitte die horizontalen Linien sind sogenannte Decks A-Deck B-Deck C-Deck D-Deck E-Deck während ähm Abteilung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ja ähm das ihr das wisst in Zukunft wenn ich hier von Decks oder Abteilungen rede ähm ja dann auch noch ein paar neue Features also wir können hier die Kaliber auch sehr sehr cooles Feature wir können jetzt hier die Kaliber äh nochmal äh verändern also hier äh sehen wir ähm ne hier sehen wir nicht sondern äh ne hier ja also hier hab ich die äh Geschütze hatten die Hauptgeschütze hatten 17,8 cm das ist so eine krumme Zahl weil das äh ein englisches Maß war irgendwie weiß ich nicht wie viel Inch das jetzt sind ähm ja und da kann man das hier schön auf 18 cm glatt machen wie es dann auch historisch gewesen wäre ja äh wer sich das alles ein bisschen jetzt hier genauer angucken will der drückt einfach mal Pause und guckt sich die ganzen Daten an ich will es jetzt einfach ein bisschen kürzer halten ähm und wir machen ein Self-Design weil wir was verändert haben ähm allerdings hätte ich das ähm ja findet das jetzt natürlich keine Anwendung dummerweise aber vielleicht modernisieren wir das Shifter nochmal jetzt sind wir schon bei 35 Minuten jetzt muss ich mal ein bisschen schneller reden ähm ne wir gehen jetzt ganz schnell durch also ähm auch hier äh wer sich das im Detail angucken will ähm ja drückt einfach mal Pause und guckt sich hier die ganzen Stats in Ruhe an so die Emden sehr sehr starker und nach wie vor ähm ein Name der äh bei der Marine ähm Klang und Gewicht hat mein Ausbilder in der Grundausbildung der ist auf der Fregatte Emden gefahren und ähm ja war da wirklich auch stolz drauf äh wer nicht weiß warum der guckt sich mal den deutschen Film an die Männer der Emden ist eine deutsche Produktion müsste in der ZDF Mediathek oder ARD Mediathek zu finden sein ähm aber da werde ich äh ja bei Gefechten oder so mal was zu sagen also Emden sehr sehr starker Name ähm äh so heißt die Klasse ist ein leichter Kreuzer mit 3000 Tonnen wir haben hier ähm ähm ein bisschen höhere Engine Efficiency ist mir hier gelungen 23 Knoten war aber auch hier meine Schmerzgrenze ich hätte den leichten Kreuzer äh gern schnell gehabt generell zu sagen ist Geschwindigkeit ist key beim Seekrieg ihr habt keine Schützengräben ihr habt keine Berge ihr habt keine Wälder ihr habt keine Straßen ihr habt nichts ihr habt einfach nur die See und eine Fläche wo ihr euch nirgendwo hinter verstecken könnt wollt ihr aus dem aus feindlichen Feuer also wollt ihr euch äh dem Gegner entziehen ist die Geschwindigkeit das Einzige was euch da rettet umgekehrt wollt ihr einen Gegner stellen ist die Geschwindigkeit das Einzige was das ermöglicht also Geschwindigkeit ist key besonders für ähm Kreuzer ja natürlich auch Torpedoboote Torpedoboote sehen wir gleich des Weiteren ist die Reichweite eines leichten Kreuzers wichtig ähm das war auch das Überseegeschwader damals die Emden gehörte eben damals zum Überseegeschwader und äh war in ähm in den Asiat ich nenne es jetzt mal Ostkolonien Deutschlands eingesetzt gehörte zum Asiengeschwader hieß das glaube ich ähm ja also die haben richtig krasse Reichweiten also wesentlich ähm größere Reichweiten als schwere Kreuzer oder Schlachtschiffe oder Dreadnoughts ähm möchte man jetzt eigentlich nicht meinen kleines Schiff kleine Reichweite große Schiff große Reichweite dem ist nicht so Boycats habe ich jetzt nichts so gesagt aber wie gesagt ich will es jetzt einfach mal ein bisschen kurz halten auch hier haben wir keine große Wahl auch hier verwenden wir den verbesserten Stahl Zitadelle hier haben wir ähm die Geschosse maximal auf High Explosives beziehungsweise die Hauptgeschütze habe ich äh auf eine Standard Ratio falls wir mal gegen schwere Kreuzer kämpfen müssen Sekundärartillerie auf High Explosives um Torpedoboote oder Frachter zu bekämpfen ähm ja dann alles wie gehabt hier Enhanced Reloading auch ähm ja Standard Torpedo Ammo hier seht ihr die Panzerung und so weiter ja wir haben halt hier vier Schornsteine was wirklich eine sehr sehr schöne Silhouette ergibt wir haben allerdings hier nicht den besten doch gibt's ah Rear Tower haben wir glaube ich ne doch haben wir auch den besten alles klar ne haben wir alles was State of the Art im Jahre 1890 ist wir haben hier so schöne abgeschrägte Funnels also Schornsteine die so ein bisschen wie bei der Titanic auch aussehen finde ich sehr sehr schön hier die Kasematten hier das gehört noch zur Hauptartillerie da haben wir 10,2 Zentimeter ähm Gun Caliber ähm ja schaut's euch einfach an ähm dann ups dann geben wir hier mal so ne das die Preußen das lösche ich wieder das das verwirrt mich sonst nur ähm so Torpedoboot ähm also wie gesagt wir haben keine Schlachtschiffe wir brauchen aber was womit wir Schlachtschiffe gut angreifen können diese Aufgabe sollen zumindest im Nahbereich unserer Küstenlinie die Torpedoboote ähm erledigen deswegen habe ich bin ich hier eine Maximal ähm Distanz gegangen wir haben hier eine Engine Efficiency von 62,3 es schränkt unsere Operational Range ein bisschen ein es ist aber noch irgendwie verschmerzbar wie ich finde dafür machen wir hier stolze 29 Knoten das ist doch beachtlich äh wenn wir Glück haben fährt der Gegner mit 18 Knoten oder so halt ja ähm ja wie gesagt die haben jetzt einen Haufen alte Schlachtschiffe und ich hoffe dann bald ein neues Schlachtschiff hier auf Kiel legen zu können ja ihr seht schon wir haben hier zwei Torpedowerfer allerdings ähm eine Einzellaffette auch die 15 Zoll Torpedos was anderes geht einfach technologisch gerade nicht wir haben auch eine Hauptartillerie 7,6 cm ich hab's sogar ein bisschen reduziert hier ne ne ähm ja wir haben drei Geschütze wobei wir ähm ja jeweils nur mit zweien wirken können das ist aber ganz nett um zumindest andere Torpedoboote oder eben Frachtschiffe anzugreifen also Aufgabe ganz klar ist hier mit AK auf den Gegner zu dampfen ähm eindrehen Torpedos abfeuern wir haben hier eine Torpedorange von es wird irgendeine Todesrange sein ähm wo sind denn die Waffen hier ähm also sonst gehen wir einfach ne kann man das hier sehen ne das sei irgendwo Shipdetails ähm ja die können auch ein bisschen nerven die Tooltips ähm ähm ah ja oder Decktorpedo so äh okay ja nicht mal ein Kilometer 0,9 Kilometer also das sind äh Suicide Attacks ne auf 900 Meter auf ein ähm Schlachtschiff ran ist ein Selbstmordkommando äh jetzt denkt ihr euch so warum warum baut man dann so einen Scheiß halt ja das ist jetzt in diesem Spiel natürlich ein bisschen schwierig ähm allerdings können wir vielleicht mit Nebel oder so uns da ein bisschen aushelfen äh historisch äh waren das sehr sehr starke Waffensysteme denn äh ihr müsst überlegen die Schiffe hatten damals kein Radar und äh wenn ihr nachts ja bei wirklich ähm also ähm ja schlechter Sicht nachts vielleicht so Halbmond oder noch weniger ja ähm habt ihr eine Sicht von nahezu null beziehungsweise große Silhouetten werden doch recht leicht gesehen das ist eine ganz kleine Silhouette die die sind quasi unsichtbar nachts und da kommt ihr durchaus auf 900 Meter ran das ist also auch so geschehen die gesamte japanische Marina hat im zweiten Weltkrieg noch diese Doktrin gefahren das Zerstörer wer World of Warships kennt weiß das vielleicht ein bisschen da die haben extrem starke Torpedos was in World of Warships allerdings spielmechanisch ein bisschen anders umgesetzt wurde als es dann in der Realität umgesetzt war die haben auch bei der Schlacht von Guadalcanal und so einige starke amerikanische Schiffe nachts mit Torpedos angegriffen und schwer getroffen oder sogar versenkt so dann wollen wir jetzt ganz schnell hier die Kampagne nochmal fertig abschließen also ihr habt schon gesehen wir haben 50 Schiffe das ist unsere stolze Flotte ja wer wissen will wie viel das genau sind der zählt einfach mal mit pausiertem Dingenskirchen so dann gehen wir jetzt mal in die Finances beziehungsweise wir gehen erstmal in Research rein also was wollen wir machen wir wollen jetzt schnell starke Schlachtschiffe bauen das ist natürlich 73 Monate ist natürlich Quatsch dann gehen wir doch erstmal in Finances diese kleine Flotte bewirkt jetzt natürlich dass wir ein schönes ich sag mal vorteilhaften Flottenhaushalt hier haben ich werde erstmal hier das technische Budget aber ich probiere uns mal mit 70% das ist echt die Tooltips die sind ein bisschen 35 Transport Capacity das war ungefähr so auf der Hälfte da ja ok hier sehen wir da geht es darum die die Schiffe zu versorgen das ist euer das sind eure Trostschiffe sozusagen so warum ziehe ich das jetzt nicht ganz hoch all der weil ich schnell plane auch hier also wir haben jetzt hier einen Chip Yard Size also eine Maximalgröße von 11.000 Tonnen und wenn wir jetzt hier maximal erhöhen wollen 24 Monate das ist natürlich auch ganz schön krass dann brauchen wir hier 40.000 und wenn ich jetzt hier hochgehe oder warte mal das ist eigentlich egal dann machen wir mal so ja so machen wir das dann haben wir eine gute Forschung und wir haben in zwei Monaten können wir das Chip Yard hier auf Cap ziehen so machen wir das ja also weil dann pro Monat kriegen wir 10.000 dazu dann gehen wir jetzt mal auf Research und dann sieht das doch schon wesentlich besser aus ja also wir haben nächsten Monat schon die Möglichkeit kriegen wir neue Hals also Rümpfe das ist sehr gut und Gun Layout brauchen wir auch nicht forschen das kriegen wir auch schon in zwei Monaten das wäre interessant und hier sehen wir noch gar keinen Boiler Wait da gewinnen wir Gewicht Improvers Fuel Ticket wie gesagt Geschwindigkeit ist Key das behalten wir schon mal im Hinterkopf also Submarines habt ihr hier auch aber dazu dann in einer anderen Folge mehr das ist sehr cool denn wir kriegen nämlich hier Centerline Mounts for Large Guns Eternal Protection Proved Gun Accuracy also nochmal zu meiner Grundidee jetzt wie ich die Flottendoktrin aufziehen will ich will eine kleine dafür hoch effiziente hoch moderne schlagkräftige Flotte mit schnellen Schiffen die gut schießen können einer guten Torpedoboot Flottille natürlich U-Boote auch ja ganz klar und natürlich sehr gut da sieht man dann auch direkt aber hier passiert noch nichts Amor Quality 25 das können wir eigentlich so lassen weil wir obwohl wir könnten neue Kreuzer auf Key legen Reduce Engine Rate Improve Overall Ship Manobility ist auch cool also das kriegen wir noch Range Finder hier 30 Monate ne das weil wir haben ja 24 Monate Bauzeit dann von unserem Dock Armor Quality Zack das ist sonst auch zu lang ne seht ihr das man sieht aber hier nicht was das bringt ist das jetzt irgendwie ja lassen es mal machen wir so okay dann ja dann wären wir durch und war ein bisschen länger die Folge ich hoffe du bist hier bis zum Schluss dabei geblieben und in der nächsten Folge werden wir dann den ersten Zug machen und ja gucken wir vielleicht gibt es schon ein Event dann gucken wir uns die Stützpunkte auch mal an was die für Kapazitäten haben und so weiter dann schicken wir vielleicht schon die ersten Einheiten in Marsch und so weiter lassen wir deine Ideen und Gedanken zu diesem Let's Play zu deinen Erfahrungen natürlich in den Kommentaren da und ja über ein Abo würde ich mich natürlich auch immer freuen sowie ein Like Bis zum nächsten Mal Ciao Ciao